Mahlzeit. Lassen Sie uns, liebe Zuhörer, mal über etwas diskutieren und zwar habe ich mich jetzt mit einem Hamburger unterhalten und habe ihn wegen Autos und all diesem Kram ein bisschen befragt und da sagt er, ich brauche kein Auto mehr und er hat mir das dann erzählt, ich habe dann kurz nachgeguckt, Carsharing in Hamburg für 9 Cent pro Minute. Ja, sagt er, das ist wirklich so günstig oder Kilometer-Tarif ist auch günstig, da fährst du für 2 Euro oder 3 Euro bis nach Hause, da bist du manchmal zu faul, steigst einfach, es sei denn, du bist nicht betrunken, das ist klar, dann musst du ein Taxi nehmen, aber ansonsten und selbst da gibt es wahnsinnige Angebote, also es kommt auf uns zu und ich finde die Einstiegsdroge ist hier in diesem Fall eine. So wie beim Handy die Einstiegsdroge ist, gib mir deine Daten und ich gebe dir dafür sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten mit dem Handy was anzustellen und ja, keiner bezahlt was, aber die lachenden Dritten sind wir. Ich möchte jetzt bitte keinen Gemecker hier hören, sondern ich möchte bitte weitere Fingerzeige, auf das wir uns hier weiterbilden, Fingerzeige, wo wird es uns noch leichter gemacht. Also Carsharing, das hätten wir, kein Auto mehr besitzen, alles klar, alles günstig, die Idee ist nicht doof, aber wie gesagt, ich finde das ist eine Einstiegsdroge. Handy, das Gleiche, was gibt es noch, wo macht man es uns noch leichter, Waschsalon ist klar, es gibt es schon seit hunderten Jahren, mal übertrieben und 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 und, also solche Dinge, bitte lassen Sie uns hier Ideen sammeln, auf das wir hier weiterkommen. Was ich zum Thema Hamburg zu sagen habe, das habe ich im Buch dargestellt, also das sind, sagen wir mal, Sammelbecken von allem Möglichen, also da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Es geht auch nicht um Hamburg oder Großstädte alleine, sondern es geht darum, wo macht man es uns leicht. Lassen Sie uns Daten sammeln, nicht rummeckern, einfach Daten sammeln, auf das wir hier alle klüger werden. Es schadet nicht und ich glaube, damit haben wir wirklich noch keinen auf die Füße getreten, also keine Meckereien wegen dieser Blume hier, ne, ist klar, okay, na dann, alle guten Wünsche und einen schönen Sonntag und was man alles so wünscht an so einem Tag, dritten Advent, den wünsche ich auch einen schönen und 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 und, also bis dann, tschüss, tschüss. Und, also bis dann, tschüss.